So hello hello und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map Neue Folge Minecraft Adventure Na, heute spielen wir halt wieder eine Adventure Map, genau Ähm, in der Adventure Maps gibt es jetzt praktisch hier Puzzles oder so Ähm, hier steht schon, ich bin schon hier in so einem kleinen Rahmen Und, ähm, genau, die Bilder, okay, das ist unwichtig Ähm, genau, Rules to follow Ähm, auch wenn du, äh, also, even if you are several to play, ähm, you can only play one game Also, du kannst nur ein Spiel, äh, ein Game praktisch, äh, zurzeit spielen Ähm, also ein Game gleichzeitig spielen, ein Spiel gleichzeitig spielen, also Minigame Ähm, man darf nicht den Game Mode ändern hier, Game Mode 1 oder sowas Äh, nicht, also nicht Out of Map gehen Es ist, äh, useless praktisch, das ist, äh, unnötig Ähm, es ist, äh, es ist möglich auf Schilder zu klicken, okay, okay, okay Äh, du darfst nicht cheaten, es ist dein Spiel, das du, äh, kaputt machst hier Ähm, press to start choosing a game, ähm, genau, okay Okay, jetzt bin ich hier, äh, do you want particular, äh, in the next game? Ja, mach ich einfach ran Äh, so, ähm, es gibt's hier, Coop Dual Games, okay, zwei Players, äh, few people games, ähm, okay, viele Solo Games Ich glaub, ich geh einfach Solo Games, weil ich bin hier alleine, hier kann ich hier gehen, äh, genau So, was gibt's hier Solo Games? Ähm, Jump Praise, Rock Paper Scissors, das ist jetzt einfach Scheire, Stein, Papier, äh, Cube Adventure, was auch immer Cube Adventure ist Find the Buttons, ich fahr mal hier an mit, äh, Rock Paper Scissors, was auch immer ja das ist Lief the Game, okay, 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 ähm, was muss ich hier machen, ähm, okay, das ist nur Dings Okay, was passiert hier? Okay Ich versteh's nicht Kann ich hier, äh, ich versteh's nicht Ich glaub, das kann man nur zu zweit spielen, oder? Ich versteh's nicht Egal, ich geh mal hier an ein anderes Spiel rein, ich geh mal hier irgendwie Jump Raze oder so, das hört sich gut an Warte mal, äh, ich muss hier wieder Solo Äh, Jump Raze, Jump Raze, Jump Raze, wo ist hier Jump Raze? Genau, da So, Jump Raze, ähm, Level 3 Hard, äh, Level 4, okay, ich fang mal hier bei Level 1 an Easy, okay, ich hoffe mal, das ist easy Ist echt teleportiert oder so, ähm, echt teleportiert Oder wie funktioniert das hier? Äh, press the cancel game, okay, okay, okay Start the race, okay, okay, okay Race jetzt seit 10 seconds, okay Muss hier praktisch da, ähm, genau, man muss hier jumpen jetzt Also, Jump Raze hier Okay, nice, äh, so jetzt, äh, Parcours Pro hier Äh, schnell, bam, bam Jetzt ist so, so Oh, und das war's hier? Okay, 0 Minutes, 8 Sekunden, ich hab's 8 Sekunden Game over Ähm, äh, okay Äh, you will be teleported in a moment, okay Jetzt muss ich kurz warten, genau So, ähm, ich mach mal irgendwie find the button Oder was gibt's hier noch? Ähm, Cube Adventure Was auch immer Cube Adventure ist Ich mach mal Cube Adventure So, was ist Cube Adventure? Find the exit Ja, das ist easy, oder? Wart mal Blau Ich muss Ach so, das ist so ein richtig großer, äh, Dings, ja Oh mein Gott Ist so ein richtig großes Puzzle Okay, immer rechts gehen, hat's geheißen Wo komm ich hier hin? Leute, wie komisch ist das? Dann geh ich hier mal hin Oh, wo, wo komm ich hier hin? Es sieht alles gleich aus, oh mein Gott Ich muss hier einen Button finden Oh, hier ist eine Chess, hier ist ein Button Green Äh, Wert Ich glaub, das geht immer weiter hier, oder? Ich glaub, hier ist bei jedem dasselbe Green Das heißt, bei grün platziere ich's Okay, nice Ähm, das ist grün Was ist das hier? Ihr gehört, glaub ich, ein Knopf hin Oh, das ist komisch hier Muss hier weiter, das ist Diamant und Gold Doll, was ist das? Ähm, can be placed a block of diamond Okay, okay, okay Okay, nice Also richtig cool, lol Okay, ähm, dann geh ich hier mal weiter Hier muss irgendwo der nächste Knopf sein Ah, hier ist der nächste Knopf Ich hab irgendwie das Gefühl, das ändert sich irgendwie So, ähm So, dann geh ich hier, bam Und bam So, ähm Geh hier weiter Renn ich grad die ganze Zeit im Kreis? Kann das sein? Ich muss mich umdrehen, oder? Muss ich Muss ich mich umdrehen? Ja, ich muss Tatsache, ich muss mich umdrehen Oh mein Gott, ich bin ganz im Kreis gerannt Oh mein Gott Hä, warte mal Block of Iron? Warte mal Wo ist hier ein Block of Iron? Ein Eisenblock Geh hier jetzt weiter Hä? Wo ist hier ein Eisenblock? Äh, hier ist wieder so ein Knopf Äh, okay Hä, bin ich irgendwie in eine Falle geraten oder so? Hä? Irgendwie Ich hab ein Block of Iron Das heißt, ein Eisenblock Aber hier gibt's kein Eisenblock So, ich hab jetzt hier, ähm Den Topf hier auf Äh, ich bin irgendwie zurückgekommen jetzt Hab denn hier Ein Block hier platziert hier War da irgendwas? Ne, hier ist wieder ein Dings Ein Dings geöffnet, so ein Dings Ein, ähm Weg hier Ich geh mal weiter, weil alles richtig verwirrend Oh, ich bin grad zurückgesetzt worden Ja, und hier ist Red Rogue Okay Can place an Äh, roten Concrete Das ist roten, äh Clay hier Muss ich irgendwie umdrehen Kann das sein? Roter Concrete Wo ist ja roter Concrete Dings Hier irgendwie Äh, Block of Diamonds Äh, irgendwie verstehe ich da nichts mehr Concrete Concrete, Concrete, Concrete Wo ist denn der roter Dings? Achso, hier Ich sag, okay Okay, nice Hier sind schon im roten Bereich, Leute Äh, oh Okay Hier sind Slime-Blöcke Oh Nie Shift drücken hier bei Slime-Blöcke Okay, was ist das hier? D ist gleich C ist gleich A B Ich verstehe nicht Was ist das hier? Achso, warte mal Hier ist ein Pisten Wo muss ich den Pisten hingeben? Okay, jetzt habe ich hier ein Dings Ah, ich verstehe nicht Wo muss ich hier? So Ey, was ist das Ziel hier? Hier ist ein Pisten So, 1 Dings Okay, 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 okay 1 und 0 ist hier Ich verstehe es nicht ganz gerade Egal, was gibt es hier noch? Ähm 10 plus 8 minus 10 mal 3 Achso, warte mal Ist das so ein Dings? B Das ist B 1 und 0 ist B oder wie? Ich verstehe es gerade nicht 1 und 0 ist B Das heißt, äh B ist gleich 1 0 1 0 A ist gleich Hä? Ich verstehe es irgendwie genau gerade nicht A ist gleich 10 plus 8 Ähm Sind 18 minus 10 sind 8 Mal 3 8 mal 3 sind 24 Ähm Ne, 8 mal 3 sind Genau 24 Durch 2 sind 12 Minus 2 sind 10 10 mal 10 ist 100 Durch 5 ist ähm 2 Äh Durch 5 ist 20 Minus 10 ist 10 10 durch 2 ist 5 Minus 5 sind genau 0 Okay, 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 okay Das heißt, das ist Null C ist gleich, wo ist C? Hier ist C Oh nein Jetzt muss ich hier irgendwie Oh, ich habe gerade so ein Dings Komm mal hier Äh, so ein Achievement Okay Easy Easy Oh Nein Muss ich alles von ganz vorne machen Nein Das ist richtig schwer hier So, einmal gehe ich nur ganz schnell vorne Es ist nicht so weit hier der Weg Das Jump'n'Run Also es geht eigentlich So Bam 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 Jetzt muss ich ja Lass mal zurück gehen Das heißt, C ist 0 Gehe ich hier schnell zurück Okay, wenn C 0 ist, äh Was nachher die Jetzt brauche ich nur noch mal D Nachher habe ich eigentlich das Rätsel gelöst Q Adventure Ich habe mir jetzt irgendwie einen lustigen Erfolg gestellt Aber hier ist ja nur Jump'n'Run und sowas Aber egal Das heißt, C ist 0 Das heißt, C ist 0 D ist D, 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 D U-easy Joe's , okay Ähm 1 0 Cube Maze Äh D Ist gleich cube maze Ähm 1 oder 0 0? 1? Äh was ist jetzt habe ich alles habe ich das nicht richtig irgendwie das war mal die redzer lampen müssen leuchten stimmt wartet die eine leuchtet es ist 1 die ist 0 ist richtig hier war geräusch oder ist die null da ich irgendwie zurück die kenne ich nicht habe ich das rätsel ist irgendwas aufgegangen oder so ich weiß es nicht das heißt habe ich alles richtig aber eigentlich einzelne weil hier die dings leuchtet auf 1 hier wenn ich das mache oder wenn ich so wenn ich so warte geht das hier habe ich gehabt hier so jetzt leuchtet 1 ich glaube zwei kann man gar nicht zum leuchten bringen das ist 1 leuchtet hier das heißt a warte mal ok das ist b ok das a ist 0 b ist 1 ok da ich habe es kraft was passiert jetzt hier knopf hier ok nice klicken lief ok nice ich habe es kraft ok lief der game oh mein gott war es gerade komisch hier ok nice was kann ich hier noch machen ich könnte hier noch kann das solo games könnte auch schnell feinte button machen feinte ball redino hier genau if you're ready press start ok das heißt muss hier schnell den knopf suchen ist ja nicht zu schwer hinkauf zu suchen ich glaube das ist ein holz knopf irgendwo oder ist es hier wieder ein bedrock was ich hoffentlich ich nicht hoffe aber ich hätte dings ist hier irgendwo debatten herinnen wo ist der ist dem holz irgendwo kann irgendwie hoch nee ist hier debatten wir sind hier debatten hier am dach hier vom haus vielleicht kann es sein wie auch nicht nein sag ich das wieder darum was auch immer da oben das ist sagt nicht der ist wieder hier komplett versteckt also am boden irgendwo ich weiß es nicht wo ist da hier ist der button hier ist der button nice button was von web dings kann ich hier irgendwie weiter genau jetzt bin ich beim nächsten allein wie cool das bau das hier aber hier sind scherz hier ist hier irgendwas die hier ist irgendwie verpackt oder so keine ahnung ist hier irgendwo der knopperi dino ich brauche noch einen knopperi dino ähm gibt es dir irgendwo einen knopf hier vorne nicht also richtig dings hier schwierig kann ich hier irgendwie rein da kann ich rein da ok der safe hier irgendwo oben der safe da oben ist hier oben ich kann mir ich kann mir den leder chest belehren ziehen die hose hier aber hier ist kein knopf wo ist ein knopf am boden nee am oben hier knopf redino hier sind definitiv nicht im haus drin ich weiß nicht wo der knopf ist hier wo ist er ist er hier oben ne ich kann halt nicht hier auch nicht rein gell ok der einen chest kann ich nicht aufmachen hier ist er oder nice ok haben ihn so jetzt kommt der nächste map so kommt der nächste map ich hoffe gleich kommt der nächste map auf jeden fall ähm genau ähm ich bin echt dank was hier der nächste knopf ist so äh kann ich hier irgendwie weiter gehen egal ich will mir mal sagen lasst like und ab für mehr minecraft adventure maps ähm genau für mehr minecraft find the button maps oder sowas halt in die richtung und äh ja lasst like und abo da und ciao